Es ist kurz vor dem Wochenende und die Indizes frohlocken. Zumindest mal der DAX, der ist heute nämlich, ihr seht das hier oben, das ist der DAX-Index auf Tagesebene hier oben. Er ist weiter gestiegen. Es ist zwar nicht mehr ganz so stark wie das, was wir an dem Vortag hatten hier, aber insgesamt sind wir gestiegen. Wir haben damit weiterhin diese letzte Widerstandsmarke, mögliche Widerstandsmarke, durchstoßen und das zeigt, dass die Marktteilnehmer noch Lust hatten. Das ist aber nichts Neues, das haben wir gestern schon gesehen. Jetzt ist aber Wochenende, das heißt, es ist ein Risiko. Soll ich die Position übers Wochenende halten, ja oder nein? Wenn ich mir angucke, was die Marktteilnehmer machen, die sagen, warum nicht? Das heißt, die Marktteilnehmer haben keine Angst aktuell. Das kann sich, je nachdem, was am Wochenende passiert, natürlich ändern. Wer Wahrsager ist, der möge sich melden, dann wissen wir schon, was vorher passiert. Aber die Marktteilnehmer ahnen im Moment noch nichts. Sie haben keine Bedenken, sie sehen keine dunklen Wolken dort. Alles so, wie die Welt im Moment aussieht, sagen sie, nö, nö, ist gut. Ich bleibe lieber drin, denn ich vermute, dass es nach dem Wochenende weitergeht. Ansonsten würde ich ja mal ein bisschen Gewinne mitnehmen, vielleicht ein paar Positionen schließen. Aber offensichtlich ist der Druck zum Positionen schließen, um Risiken rauszunehmen, nicht so besonders groß. Also, die Aussage aktuell ist die, also die Aussage der Marktteilnehmer ist die, es sieht gut aus, es ist alles in wunderbarer, bester Ordnung und wir gehen davon aus, wir sind tapfer in einem Bullenmarkt. Gut, soweit so schön, wir sehen das hier im 15 Minuten Chart, hier in den kleineren Zeitebenen, ein bisschen hat er den Schwung verloren. Gut, nach dem Anstieg sollte das auch nicht so sehr verwundern. Allerdings sehen wir schon, dass jedwede Rücksetzer, naja, korrektiver Natur sind, dreiwellig oder in irgendeiner Form wackelig. Also, das heißt, man hat nicht den Eindruck, dass man jetzt hier irgendwie Druck nach unten aufbaut. Jedwede Pause ist nur so ein einfaches, lass uns mal verschnaufen, aber dann weiter, weiter, weiter. Also, insofern, gutes Zeichen, was den DAX angeht und was die Bewegung nach oben angeht, scheint da noch Luft weiterhin zu sein. Das heißt nicht, dass der Markt nicht nach dem Wochenende in sich zusammenfallen kann und kollabieren kann. Aber Anzeichen gibt es dafür aktuell nicht, zumindest nicht bei dem, was die Marktteilnehmer machen. Die Marktteilnehmer sind guten Mutes. Ob ihr jetzt die Position übers Wochenende halten solltet oder nicht, das müsst ihr natürlich selber wissen. Ich bin ein Freund davon, für alle Intraday-Trades, so Stundenbasis, 15 Minuten Basis, ungerne übers Wochenende die Risiken zu halten. Denn auf diesen kleineren Zeitebenen findet man regelmäßig auch, wie gesagt, im Kleinen mal einen Einstieg. Das heißt, es ist gar nicht so notwendig, das darf ich nicht verpassen. Und häufig ist es so, dass ein Gap, gemessen an der kleinen Bewegungsgröße, die man Intraday dann eben hat, relativ teuer sein kann. Für Trades, die eben längerfristig geplant sind, auf Tagesebene oder wo man sagt, wir wollen mal so die Bewegung so ein bisschen mitnehmen, sehe ich da im Moment noch gar nicht so richtig groß Not. Und natürlich gibt es keine Anzeichen jetzt vor dem Wochenende, da Gewinne mitzunehmen. Deswegen, das wäre eine reine Vorsichtsmaßnahme, aber die jetzt nicht in irgendwo erkennbar, die Marktteilnehmer werden misstrauisch oder sonst irgendwas, den Eindruck hat man nicht, wenn man hier auf den DAX guckt. Schauen wir mal, was der amerikanische Markt macht. Der Dow Jones, der ist ja ziemlich ähnlich unterwegs und die erinnern uns, auch der hatte ja so eine Trendlinie, so eine obere Begrenzung und malen wir die mal hier so halbwegs noch mal rein. Ich spare mir jetzt die untere, ihr wisst, wir hatten hier noch so eine andere, aber wir sind durch die obere auch durch. Das war hier die gestrige Ausbruchsbewegung und aktuell waren wir heute schon mal ein bisschen drüber, auch wenn der Markt so ein bisschen jetzt runterkommt. Und das ist jetzt die Frage, sind die Amerikaner auch so gut drauf oder sind die etwas vorsichtiger, was das angeht? Müssen wir da vielleicht eher sogar damit rechnen, dass der Markt mal ein bisschen runterkommt? Und ja, das Risiko besteht, dass die Marktteilnehmer dort so langsam aber sicher mal in eine Pause kommen, denn die Bewegung, die wir hier haben, könnte durchaus so verlaufen, in so einer Art Fünffälligkeit und dann eine etwas größere Korrektur eben mit sich bringen. Und die kann man auch mal messen, wenn wir das mal von hier oben, nehmen wir mal an, diese Bewegung ist zu Ende, dann wäre eine typische, nicht eine zwingende, aber eine typische Rücksetzerbewegung ungefähr in diesem Bereich. Statistisch gesehen zumindest mal ist das relativ häufig, kann auch ein bisschen höher sein noch als diese Geschichte, aber damit sollten wir auf jeden Fall mal rechnen, dass das passiert. Wenn ihr jetzt sagt, jetzt habe ich so schöne Gewinne, das fände ich jetzt doof, wenn das passiert, dann solltet ihr euch ernsthaft Gedanken machen, den Stopp enger ranzuziehen, um eben das nicht aussitzen zu müssen oder abwarten zu müssen, sondern um dann zu sagen, ich freue mich über das, was ich habe, ich gehe dann schon mal raus. Eine gewisse Orientierungshilfe bieten hier die Rücksetzer, die wir vorher hatten. Also da kann man mal schauen, ich kann das mal hier im 4-Stunden-Chart zeigen, wie man sowas machen kann. Dann schaut einfach, wie groß waren denn die Rücksetzer, die wir hier so hatten, zum Beispiel dieser Rücksetzer, und messen den mal vom aktuellen hoch. Im Moment ist das das höchste. Gleiche Größe wäre diese grüne 100%-Marke. Wir können mal den messen, der ist ein bisschen größer, der führt uns hier hin. Wir können mal den messen, der ist ein bisschen breiter, aber von der Höhe nicht so hoch. Der führt uns da hin, wir können den messen. Auch das war ein Rücksetzer. Der führt uns auch da in die Ecke. Und wir könnten noch mal den messen, das wäre der, der ist leicht höher gewesen als der. Und wenn ich den da hinsetze, dann kommen wir noch viel tiefer, also da hätten wir noch mehr Platz, dann nach unten. So machen wir mal die ganz unten hier erstmal weg. Aber wir sehen schon, so diese kleinen Größen vereinigen sich ungefähr hier. Das heißt, wenn ihr sagt, die kleinen Größen, die würde ich schon gerne überleben. Das ist so ein Rücksetzer, man muss aber ein bisschen nicht zu übervorsichtig sein. Dann wisst ihr, solltet ihr euren Stop tiefer legen als diesem Bereich. Zum Beispiel 33.000. Das ist jetzt keine Empfehlung, dass ihr bei 33.000 nicht fälschlich ausgestoppt werdet. Aber damit berücksichtigt ihr die Größe, die wir hier vorne schon mal haben. Also da sollte ein bisschen tiefer liegen vielleicht als das. Damit ihr sagt, naja, wenn wir so einen kleinen Rücksetzer, den möchte ich vielleicht überleben, dann mache ich meinen Stop eben da unterhalb. Dann fliege ich nicht sofort raus, wenn er ein bisschen runterkommt. Die nächste Ecke wäre dann vielleicht irgendwo so hier diese Zone. Da ist nicht ganz so definiert und dann geht es schon relativ niedrig. Da kommen dann halt auch diese Bereiche irgendwann dann zum Tragen bzw. was wir hier mal angesprochen hatten. Das große Bild, nämlich dass der Rücksetzer bis dahin geht. So und das ist jetzt eine Entscheidung, die ihr fällen müsst. Ich weiß, dass sich viele wünschen und sagen, nee, nee, Rüdiger, sag du mir doch mal, was ich machen muss, damit ich nur Gewinne mache. Also ich weiß, dass ihr das mir jetzt nicht in die Schuhe schieben wollt. Aber so können Händler natürlich nicht gut argumentieren. Das sind natürlich Wünsche, so ähnlich wie, sag mir einfach, die Lottozahlen vom Wochenende. Die hätte ich auch gerne schon. So ist es nicht. Aber genauso wenig, wie ich euch die vorhersagen kann, kann ich euch die Kurse nicht vorhersagen. Das weiß ich natürlich auch nicht. Was ich aber machen kann, ist die Gestaltung, wie ich mein Kapital auf die jeweilige Situation sozusagen vorbereite. Und wenn ich jetzt ein längerfristiger Händler bin und sage, na Rüdiger, ich glaube eigentlich, es sieht doch gut aus und die FED, das gefällt mir gut. Und ich habe ein gutes Gefühl, jetzt kommt noch die Saisonalität Jahresendrallye dazu, dann lass ihn halt mal runterkommen. Aber irgendwann geht es da hoch. Ich möchte nicht so super aktiv sein. Dann wüsst ihr, müsstet ihr euren Stopp um die 30.500 oder vielleicht sogar 29.800 hier irgendwie so in dem Bereich bringen. Denn so ein Rücksetzer wäre ganz normal und den würde man ja gerne dann überleben wollen, damit man nachher dann bei dem nächsten Schub nach oben wieder mit dabei ist. Ja, also wenn ihr so sagt, ich bin so ein Saisonalgucker, ich gucke da mal zweimal im Monat drauf oder einmal im Quartal. Stopp. Da unten hinlegen. Die Chance dafür ist relativ gut, dass das passiert. Und ihr habt dann die Möglichkeit zwischendurch nochmal zu schauen, ob das wirklich korrektiv ist, also dreiwellig oder mit Kursüberschneidung. Oder ob das nicht doch irgendwie so aussieht. Dann solltet ihr verdächtig werden. Also nicht ihr, sondern der Markt ist dann verdächtig, aber ihr hellhörig. Denn wenn dann der Markt ein bisschen hoch wackelt, ist die Chance sehr groß, dass das, was da hinten, da vorne passiert ist, hier nochmal passiert. Und dann seid ihr natürlich ganz schnell auf viel tieferen Bewegungen hier unterwegs. Also ihr seht, im Moment ist das noch reine Spekulation. Das bullische Bild gefällt mir hier ganz gut. Es hängt jetzt natürlich noch davon ab, ob es korrektiv ist für neue Einstiege. Wenn ihr wenig aktiv sein wollt, muss der Stopp relativ weit weg liegen, so wie ich es eben gerade hier hervorgeschlagen habe, damit ihr das überlebt. Mir wäre das zu weit. Ich muss aber dazu sagen, wir sind natürlich etwas aktiver und können notfalls ja auch morgen oder morgen jetzt ausgerechnet nicht, aber die nächsten Tage wieder reingehen in den Markt, falls wir mal rausfliegen. Und wenn wir wieder ein Signal auf einer kleineren Ebene, Intraday oder mal so kleine Tagesbasis hier irgendwie sowas sehen, dann haben wir da eine Chance. Deshalb mag ich dann die etwas engeren Stops lieber, um diese Bewegung dann etwas enger abzusichern. Solange es noch ein bisschen runter geht, ist erstmal alles in Ordnung. So, jetzt habe ich viel erklärt im großen Bild. Ehrlich gesagt ist das ja gar nicht die Aufgabe dieser Videos, aber im Moment bin ich etwas zurückhaltend mit meinen Wochenendvideos, was das große Bild angeht. Eigentlich wäre das hier schon ein wunderbares Thema dafür. Aber das werde ich dann die Tage nochmal aufgreifen und dann werden wir dann die übergeordneten Bilder dann nochmal gesondert uns anschauen. Aber vielleicht ein bisschen als Einstimmung für euch, damit ihr so ein bisschen reinkommt. Gucken wir aber nochmal auf dem S&P, wie sieht der nochmal Intraday aus? S&P, ihr seht das hier, letzte Bewegung, diese hier, diese. Ist die dreiwellig? Ja, das würde man wohl sagen, ist dreiwellig. Oder ist sie, nee, nee, du musst das so zeichnen, Rüdiger. Ach ja, mit Überlappung. Also, damit ist die Abwärtsseite so oder so korrektiv. Damit ist die Abwärtsseite so oder so nicht die richtige Seite. Und der Trend geht nochmal nach oben. Auch hier vorne sehen wir das hier. Da habt ihr schon so eine Idee. Okay, es ist wohl eher die Aufwärtsseite. Auch das hier ist wohl eher alles irgendwie die Aufwärtsseite. Also, ich sag mal, Long gefällt mir hier beim S&P. Der ist ein bisschen anders, aber auch der Anstieg war ja ein bisschen anders. Gefällt mir ganz gut. Allerdings für jetzt eine Order reinstellen, gefällt mir das Bild nicht so sehr. Denn auch hier gibt es Überschneidungen. Überschneidungen. Und jetzt ist der Trick, beißt euch nicht auf irgendeinem Markt fest. Viele machen das ein. Nee, ich handle immer den. Wenn der nicht so richtig doll aussieht, dann guckt halt meinen Kollegen an. Und ein Kollege könnte der Nasdaq sein. Und da zeige ich euch jetzt vielleicht eine Trading-Idee. Ist noch ein bisschen zu früh während dieses Videos, aber ihr müsst ja auch die Chance haben, das gegebenenfalls vorzubereiten. Dieser Teil hier, also dieser Teil ist gleich. Das ist hier korrektiv. Also das ist ungefähr das, was wir eben auch uns angeguckt haben beim S&P. Aber von dieser Bewegung nach, wo Kurs jetzt steht, aufwärts oder abwärts? Aufwärts. Gegenbewegung, hier eine und da eine, überlappungsfrei. Das Tief ist höher als das, überlappungsfrei. Manch einer würde sogar sagen, könnte das nicht eine 1, 2, 3, 4, 5 sein? Und wir wissen, wann 5 zu Ende ist, ich weiß nicht genau, wo die ist, ist auch völlig wurscht. Das kann jetzt hier sein, das kann da sein, kann auch noch ein bisschen höher sein. Aber wann immer die zu Ende ist, wenn dann als nächstes eine A, B, C oder eine mehrfach wackelnde, sage ich immer, oder korrektive Bewegung mit Kursüberschneidungen hier läuft. Wir müssen mal gucken, bei Kursüberschneidungen, die Gegenbewegungen teilen sich so einen Preisraum hier, sagt man. Das klingt immer ziemlich akademisch, kann man immer angeben, jedweden Gesprächspartner mit vergraulen. Ihr seht, dass hier zum Beispiel eine Abwärtsbewegung, in der Abwärtsbewegung, Gegenbewegung, Gegenbewegung, die überschneiden sich, also definitiv korrektiv, also nicht die richtige Richtung. Das heißt, abwärts ist nicht die richtige, aufwärts wäre die richtige, Bruch und so weiter. So, genauso wie wir das da haben, besteht die Chance, nicht die Garantie, aber die Chance, dass wir das hier ebenfalls bekommen, vielleicht heute Nachmittag noch, für die frühen Abendhändler, vielleicht ganz spannend. Das heißt, Tipp, ihr könntet Fibonacci einzeichnen, tiefster Punkt zum höchsten Punkt, wo auch immer der sein mag. Ich rate den jetzt mal hier, das ist keine Ansage, aber ich tue mal so, als ob er hier ist. Das sieht man ja dann. Also den höchsten Punkt findet ihr. Wann finde ich den? Naja, wenn der Kurs wieder runterkommt. Ja, aber ich muss ja eh abwarten, bis er diese Korrektur macht. Also dieser Punkt ist kein Geheimnis, also nicht wirklich schwer zu erkennen. Den sehe ich natürlich erst, wenn die Korrektur anfängt, aber die Korrektur warte ich ja eh ab, weil ich ja erst hier dann wieder longen gehe. Also ihr seht, das ist gar nicht, häufig sagt man, ja sieht man das im Nachhinein. Ja, aber ich brauche es vorher ja auch noch nicht, weil hier oben will ich nicht einsteigen. Ja, ich will ja abwarten, dass er diese Korrektur, wie auch immer die dann aussieht, dass er die macht. Und ihr denkt dran, in diese Zone soll er fallen, 38, 50, 61, 8. Die Werte bitte noch nicht so 1 zu 1 nehmen, weil wir wissen ja noch nicht, wo das hoch ist. Das müsst ihr dann nochmal selber messen. Wenn ihr sagt, messen ist immer so eine Sache, dann nehmt ihr halt, wo auch immer das hoch dann ist, so ungefähr die Hälfte und sagt, so diese Box. Also wenn ihr jetzt gar nichts zu zeichnen habt in eurem Chartprogramm, nehmt ungefähr die Hälfte und sagt so ein bisschen, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, dann passt das schon so halbwegs. Ja, also natürlich ist es besser, wenn man das mit Fibonacci hier einzeichnet, aber ihr seht, das kommt so halbwegs auf die Geschichte. Und die Hälfte kann man ja mit Geodreieck notfalls am Bildschirm irgendwie schon finden. So, und dann, wie kann so ein Trade dann aussehen? Naja, für mich ist der Einstieg die Hochmarke, die Zwischenhochmarke. Das ist wichtig und wenn wir nochmal ein kriegen, Letztetief, Vorletztetief, das Hoch dazwischen und der Stop sehr weit hier unten oder 78er. Aus meiner Sicht aber, wir gehen ja erst hier rein, kann der Stop dann auch hier drunter liegen beziehungsweise Profis von euch wissen das, die schon länger hier das sich angucken mit mir, 78er Mark. Das heißt, dann habe ich dieses Risiko und die hoffnungsvolle Erwartung, dass er irgendwie nach oben geht. Das muss nicht zwangsweise die gleiche Länge sein, denn das ist ja nicht unbedingt die erste Welle. Das ist so die große Gefahr. Wir sind ja schon eine Weile gelaufen. Also die größte Gefahr dieses Trades ist nicht unbedingt die Richtung, aber ich weiß nicht genau wie weit, denn diese Korrektur ist nicht die erste Korrektur. Wir hatten hier schon mehrere Korrekturen. Gut, die sind vielleicht eine Stufe kleiner, aber das muss man halt mal schauen. Aber zumindest mal die Aufwärtsrichtung ist die richtige. Und wenn ich dann sehe, dass wir das alte Hoch erreichen, dann sollte man vielleicht sagen, dann ziehe ich zumindest mal auf dem Einstieg nach, bin aus dem Risiko raus und wenn es weiterläuft, super, freue ich mich. Und wenn es nicht weiterläuft, dann halt nicht. So, jetzt habe ich euch konkret, was mal gesagt, wie es hier beim Nasdaq aussehen kann, wie ganz konkret unsere Order in so einer Situation aussieht, wie wir die Stops dann setzen, wo sie hingehören. Das wünscht ihr euch ja auch immer wieder. Also einfacher kann man es eigentlich gar nicht sehen oder beschreiben. Und wenn ihr jetzt sagt, ich sehe das ganz häufig nicht, ja, geht mir genauso. Ich sehe es auch ganz häufig nicht, obwohl ich das seit 20 Jahren dieses Handelssystem verwende. Trotzdem sehe ich das häufig nicht. Das Tolle ist, wenn ich es nicht sehe, mache ich da nichts. Das bewahrt mich vor vielen blöden Trades und gibt mir die Chance, bei den etwas besseren Trades häufiger mit dabei zu sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr quasi allzeit, na gut, immer wird es nicht gehen, aber ganz häufig bei den guten Trades mit dabei seid, dass ihr viel Freude und viel Erfolg habt an der Börse. Anschließend jetzt ein schönes Wochenende. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.